Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und meinem YouTube. Jetzt wieder mal so eine 10 Arten-Video. Nach 10 Arten von Willy-Fahren. Typen. Ja genau. Es ist natürlich auch noch am Start. Ja Leute. Ich will sagen, let's go. Der, der es einfach nicht kann. Der, der denkt, er sei auf einen Dörf. Der, der denkt, er sei auf einen Dörf ohne Special-Effekte. Der Angeber, der es einfach nicht kann. Der Pro. Der, der sich nicht traut. Komm, mach ihn. Nein, ich traue ihn nicht. Komm, mach ihn. Nur ein bisschen ab Boden. Komm. Oh mein Gott, mega krass. Hast du das gesehen? Der, der nicht weiss, dass er Willy ist. Hopp, jetzt mach mal einen Willy. Okay. Hast du das gesehen? Jetzt mach mal einen Willy. Weisst du, was es ist? Aha. Ja, stimmt. Aha, also. Hast du das gesehen? Gell, geil. Weisst du nicht, was ein Willy ist? Den wollen wir dasselbe machen. Komm, mach mal jetzt etwas anderes. Komm, mach mal den richtigen Wheeler. Oder ein Stoppie, komm. Komm, mach den richtigen Wheeler. Der, der immer einen Crash macht. Das machst du alles. Ohne Crash. Der, der immer zu fest durchzieht. Jetzt kann ich mal nicht hin rachen. Lass dich nicht so fest angeben. Aber nicht ganz so fest. Ja. Ach komm nochmal. Nochmal. Lass mal wenig ziehen. Wenig. Ganz wenig. Nicht zu viel beschleunigen. Ach Mann. Tür nochmal. Den wollen wir mit einem Willy überhaupt. So, das war's jetzt mit dem Video. Auf jeden Fall liken, abonnieren und teilen. Und übrigens schiffen jetzt so gerade. Wie man so sieht. Nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Dann sort�. A mich zu. Tschau. A mich zu. A mich zu. Also kaik zu. A mich zu. Im Moment. Rutsami. Wir sind ja 20min.